Teufelskerle Fahrtwind peitscht Ronny ins Gesicht. Er beißt die Zähne fest zusammen, legt sich mit dem Lenkrad in die Kurve und spürt, wie die Reifen das Auto gerade so auf der Straße halten. Pfeilschnell braust er über die Strecke. Als er sich umdreht, sieht er seinen Verfolger. Ronny kann es kaum glauben. Der holt auf. Er macht sich hinter dem Lenkrad ganz klein und gibt Gas. Die Reifen quietschen auf der Rennbahn. Ronny, jubelt die Zuschauermenge, als er vorbeirast. Er streckt die Hand in die Luft und winkt. Natürlich nutzt sein Verfolger die Gelegenheit. Es ist Didi Düse, der Ronny auf den Fersen ist und Meter für Meter zu ihm aufschließt. Komm schon, murmelt Ronny seinem Rennwagen zu. Lass mich nicht im Stich. Bäume und Büsche, an denen er vorbeisaust, sieht er aus den Augenwinkeln nur noch als grüne Wand. So schnell fährt er. Doch Didi ist noch schneller. Haha, triumphiert er, als er Ronny auf der Innenbahn überholt. Mist, verdammter, flucht Ronny und macht sich an die Verfolgung. Sie schießen an der schwarz-weißen Zielmarkierung vorbei. Jetzt beginnt die letzte Runde. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Didis Wagen neigt sich in der Kurve gefährlich zur Seite, doch er kann ihn abfangen und gibt wieder Gas. Didi fährt wie ein Weltmeister, das muss Ronny anerkennen. Doch er selbst hat auch noch ein paar Tricks auf Lager. Ich komme, Didi, ich krieg dich noch, murmelt er. Die letzte Kurve. Schon liegen sie fast gleich auf. Doch Ronny muss die längere Außenbahn nehmen und Didi hat eine Nasenlänge Vorsprung. Reicht ihm das zum Sieg? Nein, ruft Ronny auf der Zielgeraden und zieht einen Hebel. Er ist gelb-schwarz gestreift und darüber steht in roten Buchstaben Turbodüse. Die Turbodüse zündet und aus dem Rennauto schießt eine Stichflamme. Die Menschen jubeln wieder. Ronny, Ronny! Didi kann nichts mehr tun. Ronny fliegt auf der Zielgeraden an ihm vorbei und gewinnt. Die Zielflagge weht, es regnet Konfetti und ein Blitzlichtgewitter setzt ein. Ronny winkt für die Fans, aber eigentlich interessiert ihn das alles nicht. Er geht zum Auto seines Rivalen, Didi, und hilft ihm aus dem Rennsitz. Fantastisches Rennen, gratuliert er. Fantastisch gefahren! Gratulation zum Sieg, erwidert Didi, und zwischen den beiden ist alles klar. Eine Frauenstimme ruft von der Terrasse des Kindergartens. Ronny, Didi, räumt ihr dann noch auf, wenn ihr fertig gespielt habt? Eure Mütter sind da, um euch abzuholen. Ronny und Didi bringen ihre Rennautos, zwei Bobbycars, in den Schuppen. Dann ziehen sie die Stöcke aus der Wiese, mit denen sie die Kurven ihrer Rennstrecke markiert haben. Die Gartenzwerge, die gerade noch ihre begeisterte Zuschauermenge waren, sind wieder versteinert. Ronny zieht die Zielmarkierung, seinen schwarz-weißen Pullover, wieder an. Morgen um dieselbe Zeit? fragt Didi. Wenn du dich traust? entgegnet Ronny und schaut Didi herausfordernd an. Für die Verleihung des Pokals ist keine Zeit mehr. Der rote Plastikeimer mit den vielen Aufklebern ihrer Lieblingsautos bleibt im Schuppen stehen und wartet auf den morgigen Sieger. Ronny und Didi gehen ins Haus. Das meiste von ihren wilden Fahrten findet nur in ihrer Fantasie statt. Aber genau wie echte Rennfahrer sind die beiden Freunde wahre Teufelskerle. Eis, mit Untertitelung des ZDF, 2020